Entspannte Tinder-Chats von meinem Bruder Sascha Hellinger. Heute kommt endlich mal wieder eine Episode von Tinder-Chats. Wieso hat er eine Rewe-Shirt an? Profile und sonstige Chats. Ich weiß nicht, was Luca heute alles durchgeschallert hat. Beziehungsweise was... Wieso hat Sascha eine Rewe-Shirt an? Ihr alles Luca durchgeschallert habt. Alter, darauf erstmal entzündet den Tornado. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go! Du und Lisa hatten ein Match am 14.05.21. Rosen sahen rot, Ballchen sahen blau, IBK Dichter, aber du bist so hot, Lisa. Was? Oh mein Gott, da hat sich einfach gar nichts gereimt. Rosen sind rot, ich esse einen Kuchen aus Mohn. Irgendwas sagt mir, du bist ein Hothead. Hey, yo, ho, ho, ja. Und ab dafür, Bro. Sympathischer Start in die Episode, wirklich. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Du schreibst ein Gedicht, es reimt sich nicht mal. Was hast du erwartet? Nudes. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Oh nein, bitte nicht. Okay, wann? Wenn dieses Ding heute auf dem Niveau bleibt, dann geht es ganz rapide bergab mit uns. Warum alles auf Englisch? Weil ich gerne Englisch spreche und hier auch viele internationale Menschen unterwegs sind, die kein Deutsch können. Aha, lass mich raten, du warst mal in den USA. Nein, aber in deiner... Ist ja los! Natürliche Episode heute, Marie... Ach du Scheiße, Mann. ...24, mich gibt es nur im Doppelpack. Hübsches Mutti-Tochter-Team. Raus, ganz schnell, ganz schnell da raus. An der Stelle brauche ich ein bisschen Detektivmusik. Ah, diesmal hast du es richtig erkannt. Angenommen, du hast ein Match mit Marie, kriegst du dann quasi Marie plus ihre Mutter, weil Mutti-Tochter-Team im Sinne von... Deine Läuger! Oder bekommt man Marie mit ihrer Tochter im Mutti-Tochter-Team? Schreib sie mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, alle drei. Ja, steht eh nur irgendwas, dass ich zu sp... Also die Tochter ist dann hoffentlich schon über acht... Ach, scheiß drauf. Spät bin oder so scheiße. Hey, Alisa, darf ich dich auf etwas aufmerksam machen? Auf was denn? Auf mich? Och, nö, Simon! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Nein, du und Agatha hatten ein Match am 07.05.21. Hat Agatha wieder gezaubert. Dekker. Hey, hey! Ich hau direkt raus, was ich denke und ich muss schon sagen, hast echt einen geilen prallen Hintern, haha! Oha! Oha! Einfach das... Das funktioniert meistens sehr gut. Das... Also das... Das lieben... Ja, das lieben Frauen. Das Niveau von Lats... Na, super! Danke! Kommt nicht gerade klasse, aber naja, zumindest ehrlich. Haha! Man kann die Ehrlichkeit auch für einen Moment nach hinten schieben. Naja, ohne dir was hinten... Ach, du scha... Alex! Oder dir was hinten reinschieben? Bro, by God! Du bist schon mit der Tür ins Haus reingestolpert. Warum musst du jetzt noch das ganze Haus in die Luft? Ich habe länger überlegt, mit was ich dich anschreibe. Im Endeffekt ist es nun das geworden. Wollte mir dieses Match mit keinem blöden Spruch versauen. Wer versaut ein Match mit einem blöden Spruch? Hey, nett von dir. Aber ich bin dir ehrlich, ich suche nichts Festes. Ich wünsche dir viel Glück. Haha! Was suchst du denn? Was ist das denn? Der beste Club? Mitglieder online? Eins? Das war knapp. Sollen wir zusammen sein? Nee! Hab schon eine! Ach du Scheiße, Mann. Alte Playboy! Clash of Clans oder Clash Royale? Ich weiß nicht, was das ist. Max, kannst du mir vielleicht kurz helfen? Das ist Clash Royale. Danke, Max. Ist jetzt wirklich... ...nach Quiz-Duell. Die Big Baba Bubu Dating-Plattform. Halbdap. Da wird gedatet. Marie 20, finde ich hier jemanden, der Bankbetriebslehre kann? Wenn ja, schreib mir bitte auf Snap. Und Marie, was soll ich dir sagen? Heute hast du mit mir dein Glücks losgezogen, weil ich kenne da Leute. Die Bankbetriebslehre führt ich... Bitte nicht in Scope. Bitte nicht in Scope. Bitte nicht in Scope. ...am Start haben. Ich kann dir helfen. Ach nein, das ist noch schlimmer als in Scope. Ich kann dir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Aber ich kann deinen Lehrer bestätigen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich helfe dir. Und Jungs, wenn ihr jetzt ges... Scheiße, man. ...sehen habt, für was ihr mir das eingesendet habt. Danke euch nochmal. Du und Feline hatten ein Match am 15.04.21. Ist das Eis schon gebrochen? Oder muss ich dir erst mein Magdum vor die Füße... Ey, was sendet ihr Eis? Here we come. Here we go. We gotta fuck. Hey, bist du eine bad bitch? Bitte was? Nee, wie kommst du da drauf? Weil du es so aussiehst. Okay. Willst du den Arsch sehen? Warum nicht? Easy come. Easy go. Lilly, 26. Verifiziert. Bin halb Thailänderin. Wenn du mir einen Pick schickst, dann schicke ich dir vielleicht ein Summelsteli. Und an der... Bitte? ...erstelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es sehr gerne daumen nach oben da lassen. Falls auch ihr daheim, falls du daheim gerade noch ein Chat hast oder ein Tinder-Profil, sende bitte diesen Chat oder dieses Profil an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht raus. Falls du meinen Kanal unsympathisch-Tippe und noch nicht abonniert hast, dann kannst du jetzt auf kostenfreier Lärmbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Hier wir kommen. Hier wir gehen. Stark. Stark. Stark, stark, stark. Ne, stark. Nein, stark. Nein, wirklich. Einfach nur... einfach nur stark nein wirklich einfach nur stark